Freunde, es gibt wieder News im Beef zwischen Sharo 45 und Sheikh Ibrahim. Du wisst ja, was aktuell zwischen den beiden Parteien los ist. Nach dem Video von Sharo auf dem Kanal von Beef's Kitchen, wo er Sheikh Ibrahim getroffen ist und ihn kritisieren wollte, sind ja wirklich beide Communities aufeinander getroffen. Jetzt hat sich eine weitere Person in diesem Krieg mit eingemischt. Ex-radikale Moslem Irfan Pizzi. Er hat sich jetzt zu diesem Video zwischen Sharo 45 und Sheikh Ibrahim geäußert. Irfan Pizzi hat gesagt, dass die Performance von Sharo sehr schwach war und er gegen den gelehrten Sheikh Ibrahim wirklich schlecht ausgesehen hat. Obwohl Irfan Pizzi genau gegen solche Menschen wie Sheikh Ibrahim hetzt, hat er gesagt, sollte man mit Halbwissen halt nicht in einen Battle reingehen wie mit Sheikh Ibrahim. Wir befassen uns ja eigentlich hier nicht so viel mit Religion oder Sonstiges. Wir sind ja eigentlich immer im Rap-Kosmos oder Hip-Hop oder andere Themen. Aber schreibt es mir gerne mal trotzdem unter die Kommentarleiste, was ihr von diesem Thema haltet.